Weiter geht es mit dem Medion P6609-8. Dieses Baustellenradio sieht nicht nur schick aus, sondern ist zudem robust und wird per Akku betrieben. Ein Netzteil zum Laden wird mitgeliefert. Praktisch ist, dass du hier bis zu 60 Radiosender einspeichern kannst und zudem deine Lieblingsmusik vom Smartphone oder Tablet per Bluetooth hören kannst. Das schicke Radio eignet sich ideal auf Baustellen oder beim Camping. Mit einem Gewicht von 2 kg ist das Radio stabil. Einen Tragegriff zum Transport gibt es bei diesem Modell jedoch leider nicht. Sowohl Soundqualität als auch Lautstärke kannst du bequem über Knöpfe einstellen. Auf der Baustelle musst du dir keine Sorgen um das Radio machen, da dies sehr unempfindlich ist. Wasser und Staub können dem Gerät nichts anhaben. vegetation Kan Brothers att W zero W W und ö Untertitelung des ZDF für funk, 2017